Hi Leute, wir schauen uns heute HSP zum zweiten Mal an. Wir geben uns heute im Untergrund und der Benni, der begleitet uns heute. Alles klar. Musik 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 Hi Leute, wir schauen uns heute HSP zum zweiten Mal an. Wir gehen uns heute im Untergrund. Und der Benni, der begleitet uns heute. Und ganz vorne einmal der Toni. Und wir schauen uns heute, wir gehen heute ein bisschen Wasser treten. Wir haben auch eine Watthose dabei. Ich hatte ja im letzten Video versprochen, dass wir uns nochmal einen zweiten Teil hier anschauen wollen. Also heute gibt es einen zweiten Teil davon. Musik Ja und wir befinden uns auf dem alten Stahlgeist Gelände. Man sieht ja auch, die Gleise sind nicht mehr im Betrieb. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf ein sehr spannendes und interessantes Video freuen. Musik So, ich zeige euch mal ein bisschen was vom Gelände. Musik 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 Wie gesagt, hier haben wir das große Gelände. Die Gleisabendindung ist natürlich... Musik Musik Da hinten sehe ich gerade, da sind auch schon andere über dem Gelände. Wir gehen jetzt erstmal in das Gebäude, wo sie mal rein kommen. Musik 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 ... Da, da ist er, da ist er, da ist der Toni, schon wieder voll egaler Eiger gefunden. So, jetzt gehen wir mal gucken hier, was hier so toll ist in der Halle, also hier war auf jeden Fall ein Kran drin, der Fortuni, da liegt die Sonne unter, geil, sind wir auf jeden Fall zur richtigen Zeit noch hier reingekommen, bevor es echt dunkel ist, so, ich mach mal Fotos für euch, die kommen mal ein Video mit rein oder halt auf Insta, so, weiter geht's, was für eine Riesenhalle, ey. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war doch die Europalette auf, die er legt. Die Schraube war immer am Boden. Das ist hellig. Geht da noch ein Stück runter? Hier geht es gleich ein Stück hoch. Hier haben sich viele Leute in Ökbrechen gelegt. Was das so tut, das kann man gar nicht sehen. Da sieht das. Dann bin ich durchlaufen gegangen, das unter Wasser steht. Ach, lass die doch jetzt da, die sind doch bloß unnötiges Gepäck. Das ist nicht dabei. Hast du den Schuss? Nein. Haben wir genug Platz? Klar, ich habe genug Platz. Ich habe doch alles berücksichtigt beim Kauf. So kann man jetzt die Tankbrücke legen. So Leute, so kann das halt gehen. Ich habe den ganzen Weg hier lang gelaufen. Find ich noch wieder nichts. Aber das ist halt so. Du bist halt... Du bist halt Urwechsel. Da könnt ihr auch sehen. Aber das ist gut. Ihr habt jetzt noch ein Video gesehen. Da kommen wir nicht durch. Also Rückzug. Ich kann heute so ein Video machen. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Halt doch so tief weg. Ich kann ein bisschen Platz sehen können, aber ich mache es jetzt noch ein Video. Der hat gestern schon geschlafen, der eben So, hier wird es ja feucht. Die Gitter kann es nicht treten. Da steht auch schon alles unter, was er hat. Jetzt darf ich spazieren, komm. Da geht es los mit Watter. Da geht es los mit Watter. Da geht es los. Da geht es los. Du kannst auf das Fleisch treten. Weiter hoch natürlich. Da geht es los mit Watter. 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 Da geht es los mit der Kamera. Ja Leute, das sollte man nicht machen. Alles drauf. Über die scheiß Tasche, Alter. Da geht es los mit Watter. Da steht auch ein bisschen Wasser. Da geht es los mit Watter. 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 Das kann nur der Weg sein. Ganz am Anfang links seid ihr gegangen. und da geht es los mit Watter. Ja. 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 Alles dazu? Ja, weil da wohl alles runtergekommen ist. Scheiße. Ja, lass doch raus. Das ist doch mein Pass. Schmeiß hoch. Schmeiß hoch. Schöne Kamera geht. Schöne Kamera geht. Musik Jetzt aber wieder. Ja, was war's denn? Ja, was war's denn? Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das ist gut. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Komm, easy! Was ist denn das denn? Wie ist das denn hier? Wie läuft es denn hier, Roger? Nein, das ist nieder. Ich hab die ganze Zeit geladen, bis das grün war. Die hat auch noch geschieht. Darf ich nicht sagen, wir sollen die Hand schminken? Ja. Warum hast du gerne einen Spahn? Ja. Jetzt weiter, wo wir es auch sind. André. André springt da bestimmt durch wie eine Herzelle. Warum das denn? Ja, genau so. Was hab ich gesagt? Wie eine Gazelle da durch. Ich bin eng gewachsen. Richtig. So. 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 So heute kommt mit den Zechen oder halt eben nicht Glück in. Da sieht man hier auch, dass das alles ein Fließes, aber was jetzt richtig cool Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Reischnitzelisch am Akkursen in der GoPro Danke. Haben sie auch schon wieder was verschüttet? Was haben wir denn hier hinter? Gucken wir uns mal gemeinsam an. Ja, Leute, das sind die Duschen hier. Ich halte mal die Kamera da rein, vielleicht könnt ihr ja was erkennen. Ja, Leute, das könnten die Duschen gewesen sein hier. Aber das ist schon komplett verschüttet, wie ihr seht. Da haben wir leider keine Chance mehr reinzukommen. Die ganzen Spinner, die hier drin sind. Ja. Vor allen Dingen brauche ich, wenn der hier rumliegt. Beziehungsweise da. Hier, André, hast du das schon gesehen? Guck mal, weißt du, warum mich das hier erinnert? Hier, dieses Fläschchen. Was schätzt du, was das ist? Bitte mal. Was schätzt du, was dieses Fläschchen hier ist? Was schätzt du, was dieses Fläschchen hier ist? Ohne zu lesen. Hm. Schnupftabak. Ja. Ich habe auch erst gedacht, wahrscheinlich könnte es vielleicht ein Parfüm oder eben wie sowas, ein Rasierwasser sein. Das ist Schnupftabak. Das ist Schnupftabak. Hier steht es auch drauf, Leute. Doms. Schnupftabak. Seit 1911. Also sowas hatten die Bergleute auch viel, diesen Schnupftabak, weil die halbunter Tage nicht rauchen durften. Und dann haben die mal diesen Schnupftabak in sich reingezogen. Hier ist noch was drin, aber das ist kein Schnupftabak, das ist Wasser. Doms seit 1911. Überleg mal, wie lange das jetzt schon hier liegt. Auch hier, guck mal. Hier liegt einfach noch ein Zucker rum. Guck dir das mal an, hier liegt ein Zucker rum. Der klebt da sogar schon fest. Können wir mal gucken, wer diesen Zucker anhatte. Der Affler, Afflerbach. Der Herr Afflerbach hatte diesen Socken ja an, glaube ich. Das ist auch eine Sorte. Das ist wohl eine Seife. Das ist aber auch ein Zeiger. Das ist ja noch ein Löffel. Das habe ich noch hier. Das ist ja noch ein bisschen besser. Krass, ey. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was ihr gelesen habt, wenn man meint, was das gelesen sein könnte. Schleucht euch mal richtig hier an. Also das zeichnet mich so ein bisschen an Augentrapfen. 어�el wir tun? Und wenn man das situated. Es ist eine kleine Fische. Richtig, dass die Luftgeheilung alles innen. Und wenn man das nicht kommt, dann kommt man das Zurück. Dann kommt man einfach mal in die Kommentare. Bestellt euch den alten Führung an! Und wenn ihr Geldbeheilinkt? und dann kommt man selbst an dasмерик. Und dann kommt man zünder. Und dann kommt man nach dem Teitel wieder. Und alles ist hier richtig runtergekommen. Der hält auch nicht mehr lange aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Zieht einfach mal rein. Das ist ein komplettes Kabel. So sieht das aus. Und da siehst du auch, was drin ist, was zu tun drin ist. Ich gehe mal ganz kurz hier gucken. Etina kommt. Krass. So, die ist zu. Jetzt ändere. Ich muss jetzt noch etwas trockenlegen. So. Schon ein bisschen Licht hier, wenn ihr was sehen könnt, wenn ihr mich erkennen könnt. Ja. Wir sehen uns gleich oben an der Oberfläche wieder. Kommt da hinlegen wir noch so, dass wir festhalten. Ja, dann halten wir noch. Oh, das blendet aber richtig. Gut. Stehst einfach mal in Scheibe vor Licht. Ja, wohl noch nicht so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis jetzt. Und schaut bei Benni mal rein. Und wie gesagt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.